Hier wird gefragt, warum und wann hebt man beim Dua den Finger zum Himmel? Was wir überliefert haben, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das getan auf der Mimba, auf dem Podest, das heißt, wo der Khatib, der Prediger, wo er seine Rede hält. Als er Dua gemacht hat, hat er seinen Finger in Richtung Himmel gehoben, um bei anderen Anlässen. Deswegen ist dieses aber nicht eine Sache, die man bei jeder Gelegenheit macht. Es gibt Leute, es gibt Leute, wenn sie nach dem Gebet die Schahada sagen, das heißt, sie zählen zum Beispiel 33 Mal Alhamdulillah, 33 Mal Subhanallah und so weiter und dann zum Schluss, wenn sie sagen, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk bis zum Ende, dann heben sie dabei den Finger. Das ist nicht von der Sunna. Das ist nicht von der Sunna, den Finger zu heben, wallahu ta'ala ala wa ala. Das ist nicht von der Sunna. 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 Vielen Dank.